Okay, willkommen zu einem neuen Part. Den letzten Part muss ich wieder so schnell wieder beenden, weil... Wieder technische Probleme. Und endlich... Okay, jetzt habe ich das endlich rausgefunden. Wirklich jetzt. Wie man weiterkommt. Und ich war so dämlich. Ich habe echt gedacht, dass ich gegen die Schwerkraft, also gegen die Gravitation und die Technologie... Irgendwie was ausrichten kann. Also, erstmal so. Das Band fließt jetzt nach vorne. Ist gut. Jetzt müssen wir... Ach, jetzt müssen wir die ganzen Behindertenwege... Ach, komm! So. Das macht uns schneller. Und jetzt müsst ihr da hin. Und das ist Part 39, wollte ich kurz erwähnen. Und so, damit können wir schneller ran. Ich hoffe, ich bin jetzt schneller. Ähm, okay, das hat sich die Tür jetzt geöffnet. Roboter geht jetzt irgendwo weg. Pieper Eta. Eta voll. Ich weiß, wo der Roboter hingeht. Komm mit. Komm mit, hier. Ach so, ja, stimmt. Jetzt muss ich den Schalter umlegen, bestimmt. Dass er auf die andere Richtung geht, dass der Roboter mitkommen kann. Also... Hä? DIN, 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 DIN. Hier, komm mit. Okay, da kommt einfach so mit. Ich muss nichts machen. Ach, hier, komm. Hier bin ich. Also, da verfolgt uns die ganze Zeit jetzt. Hier bin ich. Komm her. Bist du so unfähig gegen eine Wand? Ach, komm. Gut. Guter Hund. Guter Roboter. Immer schön weiter so. Weiter. Hier ist das. Hier. Weiter. Hier, komm weiter. 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 Den müssen wir jetzt da hinbringen. Ach, komm so. Ähm, komm so. Jetzt gehen sie sich gegenseitig über. Wachhut. Und... Das habe ich jetzt geholt. Super. Safe State. DIN, 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 DIN. Jetzt müssen wir... Denke ich mal, darauf. Und gleich gegen den Boss kämpfen. Ach, komm. Ähm, nein. Komm, so, 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 so. Ach, das wollte ich gar nicht. Verdammt. So. Objekte. Unterkunft. Ich habe so viel davon noch. Okay, jetzt werde ich auch noch speichern. Verdammt. Safe State. DIN, 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 DIN. Willkommen daheim, Prometheus. Das wusste ich gar nicht, dass er hierherkommt. Hat er einen Schleifer im Kopf? Atropos. Ja, es ist lange her, nicht? Du kannst jetzt mit dir... Mit der Verstellung aufhören. Ähm. Mo-ha-ha-ha-ha-ha. Im Gegensatz zu der... Der... Zum Rest der R-Serie hatte Prometheus eine besondere Aufgabe. Unter Menschen leben und sie als Spezies studieren. Wie meinen? Eiler nicht kapieren. Ja, du kommst von der Steinzeit. Was willst du verstehen? Sag es ihnen, Prometheus. Was soll ich sagen? Ähm... Robo versteht nichts. Trete nun zurück. Wir entsorgen diese Menschen und besuchen Mutter. Robo? Niemals. Was tust du, Prometheus? Ich lasse nicht zu, dass du sie verletzt. Du bist in der Tat defekt. Sie haben dich manipuliert. Ich zerstöre... Ich zerstöre sie und repäre sie. Atropos. Du warst früher anders. Genau. Dank Mutter kann ich Menschen nun effizienter vernichten. Trete zurück, Prometheus. Mein Name ist Robo. Prometheus. Du Wichser. Halt. Wartet und überlasst das mir. Ja, ich muss jetzt alleine gegen... Atropos. Prometheus. Jetzt muss ich gegen Atropos XR kämpfen. Roboangriff. Okay, das ist gut. Hat die gleichen Attacken wie ich drauf. Okay, kannst dich heilen, wie du willst. Egal, du wirst sowieso sterben. Roboangriff. Ach, du bist ein Witz von deinem Gegner. Och, du bist so putzig. Du bist so putzig. Stirb. Was machst du? Roboangriff. What the fuck? Roboangriff. Ähm, okay. Hat die gleichen Attacken wie ich drauf. Das ist eine behinderte Sache. Was hast du gerade gemacht? Ähm, Kraftstrahl auf mich. Sektorbombe. Ähm, okay. Tolle Sache. Hat ja viel gebracht, sehe ich mal. Roboangriff. Ach, leck mich doch. Safe State zur Sicherheit. Nicht, dass ich den Kampf jetzt verliere oder so. Roboangriff. Wie kann man zudem nicht dann eine ganze Sektorbombe machen? Ich hab nicht mal auf die Idee, irgendwie, äh, Roboangriff zu machen, okay? Roboangriff. Okay, der Kampf wird langsam langweilig. Wenn der so weitergeht, dann schlafe ich noch ein. Und, bäbs. Roboangriff. Ach, das ist ein dämliches Missgestalt-Ding. Okay, komm. Ich mach gerade den Roboangriff. Das passt. Ich bin. Erledigt. 37. Ich hab gewonnen. Oh. Prometheus. Es ist Äonen her. Atropos. Ich bin beschädigt. Was ist geschehen? Atropos. Meine Speicherbänke. Mutter muss mich auf, auf, auf gemeine Weise umprogrammiert haben. Speicher teilweise erhalten. Es tut mir leid, Prometheus. Atropos. Hier für dich. Für deine Schaltkreise. Bitte pass darauf auf. Leb wohl, Prometheus. Echt die Scheiße. Bestimmen wir an des Geschwister. Atropos Band erhöht. Band erhöht. Roboangriff. Geschwindigkeit um 3. Und seine MT-Wert um 10. Okay. Traurige Musik. Kann ich auch verstehen. Muskelringe. Muskelringe. Blaustein. Omega Fackel. Wo ist Atropos Ding, was ich bekommen habe? Ich gebe mal eine Runde Pen. Ähm, nein. Ach, das ist echt traurig. Hier wird man echt emotional, echt konfrontiert. Ach, das ist echt ein geiles Spiel, muss man sagen. Ich freue mich schon auf die anderen SNES, RPGs, die ich noch habe. Hm, ich habe noch andere noch. Wie Territigma, Secret of Evermore und alles. Hör gut zu Menschen. Blaues Kinder werden eines Tages auf anderen Planeten nach Beute suchen müssen. Diese Welt könnte sie erhalten, wenn das nicht die Menschen wären. Wir Roboter werden eine neue Ordnung schaffen. Eine Nation aus Stahl und purer Logik. Ein Paradies. Unsere Spezies wird euch ersetzen. Also unterlasst den närrischen Kampf und beugt euch dem ewigen Schlaf. Davon träumst du? Davon träumst du nachts, aber richtig? Die Puppe. Puppe. Sektor. Äh, nein, ich sage nur Sektor. Okay, jetzt kommt der letzte Bossfight. Ich... Äh, ratet mal, wie dieses Monster heißt. Hat ähnlich kein Mist, ein bisschen mit, ähm, mit Marvel Brain. Tapfer gekämpft und weit gekommen. Ich bin das Mutterhirn der Fabrik, der R-Y-Serie. Nun, Prometheus, kommst du zurück zu uns? Ich werde deine Schaltkreise rücksetzen und deinen Speicher löschen. Dann können wir die Menschen entsorgen. Tut mir leid, aber ich darf nicht noch mehr verlieren. Weder meine wertvollen Speicherinhalten, noch meine unersetzlichen Freunde. Du würdest mich für diese Menschen verraten und dich gegen die Familie der Roboter stellen? Ich habe viel von ihnen gelernt. Krono, Male, Luca, Frog und Aila. Und was mit Marco... Äh, ich sage Markus, äh, Margus. Ich werde meine Freunde nicht verraten. Ho. Fuh, fu, fu. Das ist ja köstlich. Du bist eine Witzfigur. Du hast Gefühle. Ich werde dir zeigen, wie menschlich du geworden bist. Okay. Hallo, darf ich angreifen? 68. Äh, Robo-Angriff darauf und du machst... Ach, komm, hör auf. So. Ähm, warte mal, wie kann... Programmierer Chaos. What the fuck? Moodyang hat mir eine Raketenrolle. Ich verstehe... Warte, ich verstehe jetzt gar nicht, wie ich die jetzt angreifen soll. Okay, wartet kurz mal. Oder? Wartet kurz. Äh, okay. Ich habe einen Plan, wie ich angreifen soll. Also, erst mal... Ach, falsch. Hä? What the fuck? Achso, hier bin ich. Also, erst... Leuchten. Auf alle. Dann mal ein... Beastwurf. Nein, oder? Du machst mal einen Dreierkick auf seine Fresse. Du machst dann einen... Schock bei... Den allen. In your face, bitch. Okay, die ganzen Displayen müssten zerstört werden. Habe ich nachgelesen. Und so, und so. Und in your face. Und weiter. Und... Schock. Mutter, ich gebe dir was auf die Fresse. Und diesmal ist es kein Öl. Mutter ging ohne Display. Okay. Okay. Oh. Putziger Schaden. Leuchten. Schock. Dreierkick. Ach, das Schaden ist putzig. Das Schaden ist putzig. Der ist sowieso... Ähm, was sagt der? Die ist sowieso gleich tot. Denn, denn... Aber was das weiß... Warum kommt da sowas? Sambruch. Und Safe State. Wie bin ich denn gleich drauf gekommen? 3000 Gehleitheiten. Robo erreicht nächste Stufe. Prometheus. Warum? Du warst... Du warst eine schreckliche Mutter. Terra Arm und Krisenarm erhalten. Alle Maschinen der Fabrik sind für immer stillgelegt. Robo? Gehen wir, Freunde. Ja. Das war die letzte Sidequest. Dies zu machen gab's. Und sehen uns mal den Terra Arm an. Und Krisen... Unter 10 LP anderer Angriff. Der Terra Angriff. Terra Arm. Die stärkste Waffe für ihn. Ähm... Nein. Ich brauch das jetzt nicht. Geh, speichern. Okay. Das war das. Okay. Sehen uns mal an. Was am Zeitend ist. Ob ich alles jetzt gemacht habe. Da gab's nur noch diese eine Sache, wo ein Mädchen auf uns wartet oder so. Oder ein naher Freund oder so. Aussteigen. Jetzt sehen wir uns mal an. Was uns denn fehlt alles? Was fehlt uns denn alles? Ja, wach auf, Guru der Zeit. Ihr wollt etwas bekämpfen? Ach. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Aber ja. Ja. Wir haben's verstanden. Ja. Ich hab's verstanden. Jemand von euch ist einer Person im Not sehr nah. Findet sie. Ähm... Okay. 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 Ich guck mal kurz nah, wo das ist. Okay. Ich hab nachgeguckt. Und das Einzige, was ich jetzt wahrscheinlich denken würde, ist jetzt dieser düster Dorm. Bevor wir jetzt so... Nein, dies da oben. Okay. Safe State. Und komm. Das werden wir doch schnell erledigen. Laserwache. Leuchten. Und dann Angriff, Angriff, Angriff. Das wird ein leichtes Kinderspielchen bei uns. Und sehen wir uns erstmal an, wie das wird. Scheiße. Mein Mikro hat's gar ein komisches Geräusch gemacht. Okay. Ähm... 2000... Okay. Allrechte... Okay, 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 okay. Das war gut. Okay. Das ist eins. Also das ist das vorletzte. Also das vorletzte Dungeon, bevor wir zum Schiff teleportiert werden. Und die Mutter lebt noch. Nahren. Kapiert ihr es? Immer noch nicht. Wir sind unsterblich. Wir werden mit Lavos wie immer leben, der die Erde im Schlaf aufzehrt. Ja, in 999 Jahren wird er der Herrscher dieser Welt. Das Diesel-Omen ist ein Pfad zu Lavos. Es ist ein Heiligtum, welches uns mit unbegrenzter Macht ausstattet. Solange der Mächtige regiert, sind unsere Träume hoffnungslos. Okay. Was beschwerst du darauf? Bist du beknackt im Kopf, oder was? Das Monster sieht auch nicht so bedrohlich aus. Ihr solltet euch den mächtigen Lavos opfern. Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho Dir will ich noch das Maul stoppen, das sage ich dir Okay, komm Leuchten Dreier Kick Ach, wie viel Schaden, ach, leck mich Ach, so ein Witz von Gegner Ach ja Ach, die hat vergessen Wie heißt sie wieder? Eile hat nochmal die Rubinrüstung Und so, und so, und so Und bams Okay, Attacke, Attacke, Attacke Bist du weg? Der Kopf ist weg, dann bleibt nur der Unterkörper Okay, der Unterkörper ist auch tot Nein, der wird gleich Stahldampf vermindert, LP Und wie viel? Ich verstand gar nicht, wie viel er vermindert hat, okay Anscheinend hat er es nicht mal getroffen, bei jedem Okay, 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 okay Okay, es geht weiter Und sehen wir uns weiter um Okay, die kennen wir ja, inkognito Wir wissen ja, wie die funktionieren, das ist klar Okay, beeil dich Macht einer von euch Okay, das war ein Fehler Ja, werft mit dem Sand Aber bewegt euch jetzt langsam mal Ist klar, dass das so wenig kam Siegel Fehl, gut Okay, du Okay, das war dämlich von mir Einer muss ihn angreifen, aber egal Siegel Fehl Okay, gut gemacht Der ist tot Okay, Angriff, 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 Angriff Und weg mit dir Weggebasht, sag ich mal So und so und so Okay, der letzte Dungeon Also der vorletzte meine ich jetzt Und hier Martello Martello Was ist das? Warte, gibt es jetzt keinen Martello Ich kenne einen Martello Hm Okay, bist du weg? Ja, du bist weg Laser macht 100 Schaden Heftige Sache, okay Okay, komm her Dich werde ich jetzt besiegen Ich habe die technisch stärksten Waffen in den Spielen Jetzt bin ich gut gewappnet Jetzt kann ich gute Chancen haben Gegen den Boss Vielleicht auch nicht Ähm Heilstrahl Aber bevor ich zu dem Boss gehe Mache ich sowieso noch extra Video Ähm Save Wo ich die ganzen Spezialtacken zeige Oh What do I Mir fehlen die Worte Ähm Falkenschlag Schock Was sind das für Viecher? Bist du weg? Was? Du lebst noch? Nach so viel Schaden lebst du immer noch? Ich bin dämlich Höre euch Höre euch Ähm Okay Falkenschlag Angriff Ich war Okay, das ist nichts bisher Aber Harry cannot Er war schon einmal auf dem Boden Aber egal Egal Wenn die unbedingt campen wollen Warte Wenn ich das jetzt in diesem Part mache Dann habe ich Dann habe ich So Bist du weg? Ja, du bist weg Flügelstoß Chaos Fünf Wollzahn Und dann Angriff Also wenn ich das jetzt in diesem Part schaffe Dann habe ich Dann ist der 40. Part Der letzte Part Nein Der letzte Part wäre dann So eine Kacke Dreier Kick Ach, wartet Ach, komm Hör auf Ach, ich bin so angepisst Ich werde die ganze Zeit gestört Das regt mich so auf Mann, komm Stirb Danke Fahr zur Hölle Was für eine verdammte Kacke Das regt mich jetzt so auf Verdammte Scheiße Ach Hm, okay Leben Okay, das geht ja noch Das ist ein Safe Point Was seid ihr denn für Viecher? Hallo? Sinkrit Schock Dinosaurier Und ja, Angriff Okay Ich habe nachgelesen Dieser Level dauert lange Es werden mehr als 40 Parts Das weiß ich jetzt schon Und Dinosaurier Hilfst du mir irgendwie? Du Dinoschwanz Und Ja, das hilft dir sehr gut Sehr, sehr gut So und so und so Hyperäther Okay, das haben wir dann auch erledigt Speichern Ab, warte, warte Objekte Unterkunft Davon habe ich ja geniegen noch Wenn nicht, da komme ich mir einfach mehr Ist ja auch kein Problem Wie viel Leben habe ich eigentlich? Okay, alle 900er Bereich Ja, ja, okay Okay Geht ja, geht ja, geht ja, geht ja, geht ja, geht ja, geht ja noch Okay, so Was kommt denn jetzt? Bildschirm Achso, das ist ein Gegner Ähm, ja, okay 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 Von Schaden her ist es nicht so schlimm Aber gucken wir mal, wie das enden wird Okay, Bildschirm ist irgendwie kaputt Der andere Bildschirm kommt jetzt noch Ach, ich wollte dich erst für mich getroffen hast, oder wie? Weg mit dir Und so, 406 Und so, 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 so Und 906 Sehr, sehr gut 1600 Ja, 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 ja Ja, ja, ja Äh Okay Ich habe da eine Idee Wieso mache ich das nicht gleich so? Falkenschlag Danach hat sich alles Gefalkenschlagt Und dann Ja, das war ein toller Witz Ähm, danach haben wir alles geschafft Ach Okay, komm Und der schwarze Strich am Boden Also Im Screen Also hier Den seht ihr die ganze Zeit ja schon Der ist schon die ganze Zeit so Ich weiß nicht, wieso das so ist Aber egal Ist ja nie so schlimm, dieser Strich Der lenkt euch ja nie so schnell ab Und hier durch Ähm Sieht aus, wie der soll Steinen Kopf Siegel Ach, du Wichser 403 Okay So, 413 Okay, die sind weg Okay Das wird Das wird brutal Handlanger Die Handlanger sind stärker als der Boss Okay Hallo Okay, tot Trifft bitte Ja, gut so Gut, gut, gut Bitte Och, ich hasse dich, Robo Flieht Okay Okay, du fließt Okay Das sind mal keine Richtigen Gegner oder so Safe State Sehen wir mal Wie weit wir in diesen Part kommen Ach Kommt ihr jedes Mal wieder Oder wie? Ach komm Leck mich am Sack 426 Und Bist du tot? Ja, du bist tot Okay, danke Oh, das war Feuerschaden Okay, die anderen leiden Aber Eiler nicht Ach, ich hasse diesen Wichser Das drückt mich jetzt so auf Okay, das reicht Komm Mal kurz einen Prozess Ja, flieh Flieh um dein Leben Flieht Okay Er ist langsam Übertrieben mit dem Schaden Okay Safe State So So Okay Ich muss jetzt mich langsam heilen So Und so Und Okay Das geht ja noch Gibt's hier Schatztruhen oder so Habe ich welche übersehen Glaubt nicht Falscher Knopf Warte Okay Hier bin ich die Part Und wir sehen uns das nächste Mal Tschüss